Wenn Ihnen das Erste vielleicht auch geläufiger ist. Madame, da komme ich nicht mehr ganz mit, wenn Sie Fotos von Ihrem Gatten wünschen. Es gibt genug Berufsfotografen, die das könnten. Und im Fotomaton kriegen Sie Bilder von vorn, von hinten, im Pro... Sie sollen meinen Mann höhenlos ablichten. Wie gesagt, es ist delikat. Sie zwingen mich leider deutlich zu werden. Er bummst seine Freundin in meinem Bett. Diesen Vorgang möchte ich in jeder Phase festgehalten haben. Sie treffen sich um 8 Uhr in unserem Hause Downtown. Hier ist der Schlüssel. Ich, ähm, vertraue Ihnen. Ich lege die Sache völlig in Ihre Hand. Ihr Vertrauen ehrt mich, aber... Für diese Spielerei brauchen Sie nicht mich. Wer sagt Ihnen, für welche Spielerei ich wen brauche? Sie sollten sich nicht aufhalten mit solchem Kinderkram. Ich verfolge ein bestimmtes Ziel. Und Sie glauben, mit meiner Hilfe werden Sie dieses Ziel erreichen? Ihre absolute Diskretion ist dabei das Wichtigste. Wer ist Ihr Mann? Ach, so ein Lump mit Millionen. Er besitzt hier sieben Nachtlokale und drei Bars. Steuerhinterzieher mit Bügelfalten. Er heißt Tefiro Ramos, falls Ihnen das was sagt. Tiefiro Ramos. Und ich...